so meine Damen und Herren willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaft zum Landwirtschaft 2019 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Zwar kommt meine Folge gerade oder läuft gerade noch aber ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu gucken und nehmen wir hier zu arbeiten. Ich habe versucht das andere Feld komplett abzuernten beziehungsweise Dings hier zu machen abzuholen Stroh das kann man aber sowas von scheiße vergessen wir werden jetzt so was machen was ich nie gedacht habe dass es passiert wir verkaufen es und kaufen uns gut das können wir uns noch nicht kaufen wir können es kein anderes Feld leisten im Moment noch nicht auch das ist doch ein scheiß Feld gewesen das war für unsere Maschinen viel zu schwer da konnten wir nichts nichts machen deswegen Feld verkauft 161.000 nochmal jetzt wir können jetzt theoretisch die Scheune lassen aber wir kaufen uns ein packiges Feld das heißt diesen Part müssen wir beziehungsweise wir machen noch ein Nebemission immer gleich an von alten Sachen weg so dass wir hier ist etwas Geld wieder haben und etwas Sinn im Leben kann man ja so sagen das ist für mich eigentlich jetzt so an sich in meiner Situation immer so schlecht weil wir können jetzt sein der andere sind nicht fertig mit dem Krugern er kann vielleicht nicht die Saatmaschinen nehmen und wir können mit dem Waldra hier die Fracht weg schaffen und schön die Ernte das nur noch mal gucken wo es am meisten Geld gibt das Feld ist also nicht nur unser das Feld haben wir verkauft wir haben uns eigentlich einen Schritt nach hinten bewegt anstatt nach vorne das was man eigentlich macht aber so ist es dann eben mal wir machen zuerst eine Mission gucken ob wir eine Mission starten können die teuerste Sache an ernten natürlich auch nicht die 2000 wir können natürlich auch eine kleine Sache nehmen und unsere Maschinen benutzen nicht so dafür 4009 müssen natürlich auch gucken hv 8 oder 9 8 oder 9 8 oder 9 8 oder 9 8 ist kleiner gibt es natürlich auch weniger Geld verbrauchen wir aber auch weniger das kannst du schön vergessen 4 9 17 das Feld bin ich dabei doch das mache ich mit Geräte ausleihen da bin ich dabei was hört sich noch keiner so extrem schweren scheiß Mission an bei dem Schneidwerk würde ich es persönlich sagen jo wir brauchen hier keinen Anhänger dafür mache ich aber trotzdem einfach damit wir jetzt wieder einfach damit wir wieder type für die tried beim Wirklichkeit das heißt halt auch integriert ne ich weiß nach oben nochmal das müsste doch eigentlich gehen so kann man den hier jetzt anhängen oh das habe ich natürlich nicht das sei jetzt aus wirklich aus ehrlichkeit, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass es dann doch so nah dran ist rein theoretisch, dass es auch nicht passt es ist mir jetzt so fucking egal ich will ja keinen Teil spielen dahinter sitzen und das nicht können so, perfekt und das hat man schon hier glaube ich waren glaube ich zum ersten mal ein schon hier 42 krater drauf naja gar nicht mal so wenig wenn man so genau er hat schon einiges unter der Haube wahrscheinlich schlägt die Straße nicht mehr hochkommt mit einem Gäste demnach ist es gedacht hoch was kann man jetzt noch erzählen ich weiß nicht sind nicht schön ist schon die 10 das ist um auf die Uhr zu gucken noch eine Kehrwende passt das eigentlich? so der hat nämlich die Arbeit jetzt beendet dieses Klickern das ist Musik in meinem Arm und fällt weiter sogar das wäre ja das was wir kaufen wollten wenn dann dreht er ein dreht noch ein genau brauchen wir noch nicht also hier hat man sich auch noch heute noch drum kümmern heute vielleicht nehme ich auch morgen noch ein bisschen aufwärts hin obwohl ich morgen natürlich eine Wohnung sauber machen muss wo bei mir hinfahren das ist jetzt die Frage wir haben Hafen Nord ähm mal kennen wir mal ach der Dom ok würde ich nämlich sagen Leute von heute das war's mit diesem Part wir werden hier wir werden jetzt hoch fahren äh im nächsten Part und dann wieder runter fahren wenn wir in der Zeit mal reden was die Zukunft ist wieder mal pläne schmieren wir brauchen jetzt 180 für das Feld ist natürlich auch nicht wenig Geld das muss man schon sagen weil zum ersten Mal fahren wir bis zum Hafen hoch also bis zum Hafen Nord beziehungsweise ist das erstmal für uns wir mussten immer für die anderen machen so bitte mal sagen wenn ich da ganz platt kann dann gibt's nur noch ein Moment und umrund schreibt wir können darüber mehr von sich oder auch nicht dann müssen wir uns mal sagen wenn sie tschau tschau